Jo, servus Leute, heute mag ich euch gerne einmal mitnehmen ins Human Design für all diejenigen, denen das noch kein Begriff ist. Ich mag euch gerne einmal die drei Autoritäten erklären im Human Design und zwar sieht es jetzt so aus. Das Ganze ist ein System, 1987 bereits gechannelt, wo wir über einen bildlichen Aufbau quasi unsere neuen Energiezentren sehen, was innerhalb dieser Zentren passiert bei jedem Einzelnen und auch noch wie die miteinander verbunden sind und daraus entstehen jetzt eine ganze Menge Sachen, zum Beispiel nämlich unsere Autorität. Also welche dieser inneren Stimmen in uns, welche dieser Organe in uns ist als einzige konstant und zuverlässig genug, dass sie uns durchs Leben navigieren mag und kann. Wie spricht sie mit uns? Wie äußert sich diese Stimme? Wonach geht man da eigentlich? Was gibt es da eigentlich für verschiedene innere Stimmen so in einem drin? Dann auch unsere Strategie. Wie gehen wir quasi grundsätzlich im Leben vor, um Dinge zu erreichen? Was ist unsere Motivation, aus der heraus wir, wenn wir Dinge tun, sie auch fruchten? Oder was ist unsere eigentliche Schattenfrequenz der Motivation, also woraus wir eher die Dinge tun, haben wir es eigentlich lassen sollten? Wie ist unsere Aura als solche konstruiert und wie kommuniziert unser Energiekörper mit anderen Lebewesen, Tieren und anderen Menschen, gerade eben spannend auch mit Menschen verschiedener Aura-Typen eben? Wie äußert sich das? Was passiert da? Teilweise beeinflusst man sich eben schon und kommt in eine Wechselwirkung miteinander, ohne dass einer überhaupt was sagen muss oder was tun muss. Es reicht einfach, dass man sich nahe ist und schon spürt man irgendwie andere Dinge und schon verhält man sich auch anders und passieren andere Dinge als vorher so. Genau. Hat was mit unserem Energiekörper zu tun. Punkt, 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 Punkt. Und so können wir eine ganze Menge über das Human Design, einfach über jeden Einzelnen erfahren. Keine zwei Charts im Human Design sind identisch. Das heißt, für jeden Menschen gibt es was völlig Neues zu lesen. Und ich blühe gerade so dermaßen auf in diesen Readings. Danke, Leute, für alle Leute, die zu mir kommen und mir die Möglichkeit geben, einfach mehr und mehr in dieses Wissen einzutauchen und es mehr und mehr einfach auch mitzugeben an andere. So, und jetzt gibt es innerhalb dieser Autoritäten, die wir haben, also Stimmen in uns, die uns führen können, eine sogenannte Hierarchie, weil verschiedene Stimmen einfach wesentlich in ihrem Wesen stärker sind und vehementer als andere. Und so ist zum Beispiel ein Mensch, der grundsätzlich den Solarplexus definiert hat im Human Design, also eigene Emotionen im Laufe seines Lebens produziert und weniger sensibel ist für die Emotionen der anderen, weil er konstant im Laufe seines Lebens immer wieder eigene Emotionen in Form von emotionalen Wellen, denn die Welle ist das Muster, in der Emotion einfach naturgemäß auftaucht. Klassisches Beispiel, wir verlieben uns in jemanden und das allererste, was passiert, ist, dass unsere Welle hochgeht. Wir Euphorie und Optimismus erfahren. Jetzt können wir uns aber alle darauf verlassen, dass sobald die Welle einmal hochgeht, was als nächstes folgt, ist, dass sie eben wieder abflacht, runtergeht und wir im nächsten Moment eben derselben Sache schon wieder sehr pessimistisch eingestellt sind, sehr negativ, was auch immer, melancholisch, traurig. Und das passiert bei all uns Menschen, die eben definierten Solarplexus haben, passiert das ein Leben lang, kommen diese Emotionen in Wellen und vor allem immer in Bezug auf eine Sache, also zu einem Job, Wohnort, Menschen, was auch immer, entstehen andauernd immer wieder neue Wellen. Jetzt ist es eben super wichtig, mal gerafft zu haben, dass diese Emotionen schon unser Leben lang in Wellen kommen, in ihrer ganz eigenen Intelligenz funktionieren, also wann sie auftauchen, wann sie wieder abflachen, sich gar nicht mal beeinflussen lassen von uns. Keine Entscheidungen zu treffen, solange wir noch während auf dieser Welle reiten, solange wir gerade hoch oder runter gehen, denn die Welle wird sich am Ende irgendwann abflachen. Das ist für uns der Moment, der uns quasi signalisiert, jetzt ist der Moment zu sprechen, jetzt ist der Moment zu handeln. Deswegen hat die Welle bis dahin eben angedauert, um uns dann das Zeitfenster quasi zu offenbaren. Jetzt weiß jeder, der emotional ist, aber wie schwer das eben fällt, im Laufe dieser Wellen sich zu kontrollieren und die meiste Zeit sprechen und tun wir was, während wir noch diese Welle reiten. Und wenn wir ganz ehrlich sind und mal so ein bisschen Revue passieren lassen, dann hätten wir, sobald unsere Emotion abgeflacht ist, hätten wir immer was anderes gesagt oder was anderes entschieden, als in dem Moment, wo wir es getan haben, als wir noch die Welle geritten haben. Und darum geht es zu verstehen, dass jede Emotion einfach in Wellen auftritt, kommt und geht. Keine Dringlichkeit da ist, während des Reitens irgendwas entscheiden zu müssen, sondern einfach nur den Flow, den Ritt genießen, sich lebendig fühlen in dem Moment, und Geduld üben. Die Zeit ist auf unserer Seite. Wohl wissend, dass wir erst eine wahrhaftige, kräftige, kraftvolle und wahrheitsgemäße Entscheidung treffen können, wenn nur unsere Emotion zu dem Thema einfach abgeflacht ist. Jeder Mensch, der jetzt diese eigenen emotionalen Wellen einfach produziert in sich, ist sofort per Definition im Human Design, weil die Emotion einfach die höchste Hierarchie ist, ist der Solaplexus eben auch die Stimme, die Emotionen, das, wonach er geht. Wenn ihr da mehr zu wissen wollt, können wir uns dann im Reading eben mal treffen. Die zweite Hierarchie wäre unsere Bauchstimme, unser Sakral. Die meisten von uns Menschen haben einen definierten Sakral, also haben diese Bauchstimme, die mit ihnen redet, aber auch nicht jeder, die erzeugt zu allem, was wir wahrnehmen, zu allem, was wir hören, was wir sehen, was in unserer unmittelbaren Umgebung passiert, erzeugt sie, sobald wir es wahrgenommen haben, im Außen, eine Reaktion im Inneren. Jemand macht die Tür auf und fragt, ob du mitkommen willst zum Abendessen. Wupp, Sakral erzeugt Energie als Reaktion darauf. Wupp, du stehst auf oder sagst ja, sagst mhm oder mhm, was auch immer. Das ist unsere erste sakrale Reaktion quasi auf das Beobachtete. Alles, was wir wahrnehmen, kann jetzt eine sakrale Reaktion in uns eben erzeugen. Jetzt möchte das Sakral, kann uns nicht sagen, ob es besonders schlau ist, was zu tun oder was für Konsequenzen daraus resultieren oder was auch immer. Das reagiert rein mechanisch auf etwas, was es im Außen wahrgenommen hat und möchte uns eigentlich durch seine Reaktion einzig und allein mitteilen, ob wir, ob der Körper jetzt gerade in diesem Moment zu dieser Sache, die wir wahrgenommen haben, Energie verspürt, ob er sich dazu verpflichten kann, denn darum geht es dem Sakral, oder eben nicht. Ja, mhm, nein. Manchen Leuten fällt es ein bisschen einfacher, diese sakrale Stimme wahrzunehmen. Mir zum Beispiel, weil sie im Human Design ist es dann so schön erkennbar, einfach mein Sakral direkt mit der Kehle verbunden ist. Ich spreche es und auch noch bewusst, ich spreche es also direkt aus, dieses Bauchgeräusch. Ich bin jemand, der, wenn er isst, regelmäßig Töne von sich gibt wie mhm, oah, mhm, mhm. Das ist meine sakrale Reaktion auf das, was ich gerade esse, mehr nicht. Und so fällt es manchen Leuten einfacher, diese Stimme zu hören, weil sie sie eh schon aussprechen und für andere ist es mit etwas mehr Arbeit einfach verbunden, weil wir in einer Gesellschaft aufwachsen, die uns das Reinhören in den eigenen Bauch völlig abtrainiert. Von daher geht es sich selber nochmal zu dekonditionieren und wieder Aufmerksamkeit auf den eigenen Bauch, auf den eigenen Körper zu lenken. Nichtsdestotrotz, das Sakral funktioniert in jedem Moment. Also dir kann es körperlich so schlecht gehen, wie du willst und du kannst auch so unbewusst sein, wie du willst. Das Sakral erzeugt, wenn es definiert ist, auf alles, was du wahrnimmst, eine Reaktion. Und am offensichtlichen ist das, wenn uns eine klare Frage von außen gestellt wird, die nur mit Ja oder mit Nein zu beantworten ist, dann kannst du dich bei jedem Generator im Human Design, das ist der Aura-Typ, der ein definiertes Sakral hat, darauf verlassen, dass er dir sofort auch in der Lage sein wird, aus seinem Körper heraus eine Reaktion einfach zu geben, Ja oder Nein zu der Sache. Das Dritte wäre dann die dritthöchste Autorität, wäre quasi unser Milz, steht für unser generelles Körpergefühl, alle Signale, sehr subtile Signale, die wir überall in unserem Körper verteilt empfinden können, auch für unsere Überlebensinstinkte und unsere Intuition. Jetzt gibt es Menschen zum Beispiel, klassisches Beispiel, du gehst über die Straße und du siehst jetzt eine vielleicht ganz attraktive Frau und denkst dir, ja, also die könnte man ja mal ansprechen. Aber dann kommt direkt so eine Intuition, die Intuition macht jetzt eben aus, dass kein logischer Prozess dahinter steht, also wir uns nicht erstmal eine Erkenntnis gedanklich erarbeitet haben, sondern es ist so durch den Tag gehen und auf einmal kommt schlagartig so ein Erkennen, ein Wissen von etwas, das du gar nicht begründen kannst, wie du da hingekommen bist, sondern so eine spontane Einsicht einfach. Und diese spontane Intuition sagt mir in dem Moment dann einfach weitergehen. Sprech sie nicht an, warum auch immer, ich habe gerade alle Zeit der Welt, sie sieht schön aus, was auch immer, einfach weitergehen, sagt mir meine Intuition. Die Intuition sagt uns nur, ob etwas gesund für uns ist, ob es unserem Überleben dient, oder ob etwas schädlich für uns ist, ob es ungesund für uns ist. Das ist die Macht der Intuition. Nicht zu viel reininterpretieren. Die Intuition kommt zu jedem einzeln aus gutem Grund, weil jede intuitive Stimme, die jeder Einzelne empfangen kann, auch nur ihn selber betrifft. Intuition möchte dir sagen, ob etwas, was jetzt gerade in diesem Moment passiert, förderlich für dich ist oder schädlich für dich ist. Mehr nicht. Das Sakral antwortet auch von Moment zu Moment, lässt sich allerdings als Reaktion provozieren. Du kannst mehrmals eine Frage stellen und du wirst mehrmals eine Reaktion aus dem Sakral bekommen. Intuition erscheint nur einmalig und wiederholt sich nicht. Da geht es gut hinzuhören auf spontane Einsichten, die man erhält, körperlich, mental oder vielmehr wahrscheinlich sogar eher subtile Empfindungen einfach im Körper, die einem irgendwie signalisieren, mach das nicht, geh weg, oder sogar, ja, komm her, alles Mögliche, ne, und dazwischen auch so. Genau. Für die Leute mit der Milzautorität geht es wesentlich mehr, oder ist wesentlich wichtiger, sich mit sich selbst und seinem Körper einfach zu verbinden und wohl zu fühlen. Gleichzeitig, wenn man eine Milzautorität ist, dann ist das für einen auch selbstverständlich, einfach nach dem Körper zu gehen, weil man sich ansonsten einfach maßlos unwohl fühlt. Genau, und so gibt es, das sind quasi die drei obersten, in der Hierarchie die drei obersten Autoritäten im Humor-Design, unsere Emotion, die immer in längeren Wellen verläuft und erst nach einer Weile Klarheit gewinnt zu einer Sache, das Sakral, das immer von Moment zu Moment reagiert auf das, was man wahrnimmt und einem signalisiert, ob jetzt gerade die Energie für etwas da ist oder nicht, und die Intuition, die sich nur einmalig und spontan meldet und uns hinweist, ob etwas gut für uns ist oder uns eher schadet, körperlicher Ebene. Genau, die meisten Menschen haben eine, mindestens eine dieser drei Autoritäten, manche sogar mehrere, da fängt dann der Spaß an, da kann man dann schön rumexperimentieren in irgendeiner bestimmten Situation. Die wenigsten Menschen haben keine dieser drei, da gibt es dann andere Mechanismen, die bei denen greifen, da gehe ich dann gerne im Reading nochmal drauf ein, das sprengt jetzt ansonsten den Rahmen. Genau, vielleicht habe ich euch ja ein bisschen neugierig gemacht, vielleicht ist euer Interesse geweckt. Meldet euch sehr gerne, wenn ihr mehr wissen wollt, über das Human Design und vor allem über euer spezifisches, individuelles Chart, wenn ihr da gerne mal eintauchen wollt, in die Art und Weise, wie ihr naturgemäß einfach funktioniert, und ich euch eben auch im Human Design ganz klar aufzeigen kann, wo ihr euch warum aus der Konditionierung und Beeinflussung eben heraus verhaltet und damit eben genauso, wie wenn ihr eine Entscheidung aus dem Verstand treffen würdet, euch stets von eurer eigenen Kraft eben wieder abschneidet und von der Möglichkeit, dass das Leben offenbaren kann, was nur für euch gedacht ist. Aho! Und auch wenn du glaubst, du kennst jemanden, dem es vielleicht gut tun könnte, einfach einen bestimmten Rat im Leben nochmal zu hören oder der es mal hören könnte, wie er für sich einfach die richtigen Entscheidungen in seinem Leben trifft, der sich einfach mehr und mehr kennenlernen mag oder für den das einfach was wäre, melde dich sehr gerne, können wir auch gerne Readings verschenken an andere Leute, auch gerade für Eltern mit Kindern finde ich es einfach nur dermaßen geeignet. Der Rau Uro, der es gechannellt hat, sagte selber, das Human Design ist für unsere Kinder, es ist nicht für uns, es ist in erster Linie für die meisten Erwachsenen, es ist Futter für den Verstand. In allererster Linie ist das Wissen darüber, wie wir als Individuum funktionieren und nur auf unsere ganz eigene Art und Weise unseren Glück, Frieden und Erfüllung im Leben kreieren können. Das ist für unsere Kinder, dass wir denen das weitergeben, damit die ihr Leben mal richtig rocken so. Und deswegen auch, für alle Eltern, die da irgendwie interessiert sind, meldet euch sehr gerne. Ich habe jetzt auch schon irgendwie ein paar Audiodateien für die Kinder angefertigt, auch das können wir machen, dann müssen wir uns gar nicht persönlich mit den Kindern treffen im Reading, dann kann ich euch gerne was aufsprechen, Kinder geeignet, und ihr könnt es denen dann einfach geben, die Audiodateien, wie auch immer, finden wir irgendeinen Weg, meldet euch sehr gerne und ich bin so dermaßen offen einfach, das Wissen zu teilen. Für mich gibt es gerade nichts Wertvolleres an praktischem Wissen zumal, als das Human Design Wissen weiter in die Welt zu bringen, gerade für offene Ohren. Amen.